hallo wenn sie hier auf diese seite klicken und sich mein video anschauen dann geht es ihnen vermutlich ganz ähnlich wie es mir in meiner vergangenheit gegangen ist vermutlich haben sie eine familie und sie haben ein mlm business begonnen mit dem gedanken passives einkommen da winkt die freiheit die zeit die ich mit meiner familie gestalten kann und die finanzielle unabhängigkeit damit ich diese zeit auch wirklich genießen kann und meinen kindern alles geben kann was sie so sehr verdient haben ja und dann kommt der teamaufbau und der gestaltet sich ja häufig doch ein bisschen schwieriger als man es vermutet hatte und sie fragen sich gibt es da nicht irgendeine andere lösung weil sie fragen sich ob sie das schaffen ja und die zeit die rinnt ihnen durch die finger school bag in hand she leaves home in the early morning waving goodbye with an absent minute smile i watch her go with the surge of that well-known sadness and i have to sit down for a while slipping through my fingers all the time es gibt kaum einen song der dieses gefühl besser beschreibt wie es ist wenn uns die zeit mit unseren kindern durch die finger rennt und wenn sich das für sie so anfühlt dann möchte ich ihnen etwas sagen das sollte so nicht sein und es muss auch so nicht sein es gibt eine andere lösung wissen sie die leute fragen mich claudia wie machst du das du hast deine selbstständigkeit als coach du hast zwei kinder sechs und zwölf jahre alt dein mann ist beruflich ständig unterwegs ja und du hast dein mlm und du machst einen teamaufbau wie schaffst du das alles gleichzeitig wie um alles in der welt geht das und ich verrate ihnen wie das geht ich habe einen trick es ist nämlich so dass mein autopilot alle aufgaben für mich erledigt die ich auf autopilot stellen konnte und ich verrate ihnen was genau das ist mein autopilot der sorgt dafür dass sich tagtäglich menschen eintragen die neugierig sind auf mein mlm business mein autopilot der sorgt dafür dass ich tagtäglich leute eintragen die selbstständig sind die neugierig sind auf meine coachings und das macht mir natürlich meine zeitgestaltung viel viel einfacher denn ich spreche im anschluss nur noch mit menschen die neugierig sind die offen sind die wissen wollen was ich tue und das sind natürlich ganz ganz andere gespräche als wenn ich irgendwelche leute die überhaupt nichts wissen wollen von der angelegenheit versuche von irgendwas zu überzeugen und das alles sorgt dafür dass tatsächlich mein teamaufbau viel viel einfacher geht und viel weniger zeit kostet als er das in der vergangenheit gekostet hat ich hatte stress wissen sie ich weiß wie sie sich fühlen ich hatte stress und ich habe mir gedacht es muss einen besseren weg geben es muss etwas besseres geben ich habe was besseres gefunden und ich habe es getan ich habe es umgesetzt und ich sage ihnen etwas sie können das auch und ich bin hier um ihnen dabei zu helfen wissen sie ich habe extra für sie trainings aufgezeichnet wo es um mlm und familie geht ich habe für sie trainings in sachen teamführung ich habe für sie trainings in sachen automatischer verkaufstunnel ja und diese tools die werden ihnen dabei helfen wie sie dieses jonglieren anders zusammenbringen und jetzt habe ich ihnen noch etwas zu sagen etwas ganz entscheidendes es gibt etwas das kann ich nämlich nicht für sie tun ich kann nicht für sie sie hier unten eintragen wenn sie wissen wollen wie das funktioniert was ich das was ich da tue dann bitte tragen sie sich einfach in das kontaktformular ein und dann kommen diese kostenfreien informationen zu ihnen das letzte was ich ihnen sagen möchte ist es gibt nichts außer man tut es tun sie es jetzt ich freue mich auf sie bis ganz bald ihre claudia heilmeyer